Ich lerne Deutsch. Nummer 10103 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Gedicht war so inspirierend, dass es mich zum Nachdenken gebracht hat. Marina schaut auf die Handflächen ihres Opas. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Rolf ist so unzuverlässig. Mithilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Mithilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Mithilfe eines Mikroskops sehe ich die kleinsten Dinge. Das Bildungsangebot in Deutschland ist sehr vielfältig und wird ständig erweitert. Das Bildungsangebot in Deutschland ist sehr vielfältig und wird ständig erweitert. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht wiederholen wird. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht wiederholen wird. Die aufmerksame Krankenschwester beobachtet die Patientin genau. Sie erkennt sofort, dass etwas nicht stimmt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Bildungsangebot in Deutschland ist sehr vielfältig. Das Bildungsangebot in Deutschland ist sehr vielfältig. Vielen Dank.